Musik Dieses kleine verpeilte Wesen vergessen, das Intro aufzunehmen und den Ton dabei anzumachen? Wahrscheinlich musste ich das Intro nur nachsynchronisieren, vielleicht klingt es total seltsam und nicht plausibel. Ja, trotzdem wünsche ich euch viel Spaß bei dem Video. Guten Morgen meine Lieben und Willkommen zu diesem neuen Convention Vlog. Es ist der 24.03. Wir haben 6.21 Uhr und ich bin seit anderthalb Stunden wach. Habe gefrühstückt und ja, werde mich jetzt für die diesjährige MagicCon fertig machen. Ich habe mir gestern schon meine Nägel gemacht und zwar werde ich dieses Mal mein Goddess of Mesothricom Cosplay tragen und es wird spannend. Ja, denn das Cosplay ist ein bisschen unpraktisch und ich hoffe, ich komme damit hinterher klar, vor allem was auch sowas wie Panels angeht oder wenn ich was esse oder irgendwie auf Klo gehe oder lebe oder atme. Also, mal gucken, was das wird. Ich bin schon gespannt. Ja, ich mache mich jetzt gleich fertig, mache mir die Wig-Haare und mein Make-up und ja, hoffe, wir sehen uns gleich wieder. So, das ist jetzt das fertige Make-up, also meine Nägel und mein Armschmuck noch dazu und das ist jetzt das fertige Make-up. Die Wig und das Headdress, das ganze restliche Cosplay und meine Fusis, meine Schuhe, mein restliches Cosplay, was da noch liegt, muss ich, kann ich erst auf der Con anziehen, weil das viel zu groß ist und ich damit nicht Autofahren kann. Ich freue mich und ja, dann sehen wir uns gleich wieder auf der Con oder der Autofahrt. Mal gucken. Die diesjährige MagicCon war wieder vom 23. bis 25. März 2018 natürlich und fand im Maritimhotel in Bonn statt, wie immer eigentlich und es war mal wieder so, dass man Stargäste treffen konnte, Autogramme und Fotoshoots erhalten konnte, Vorträgen lauschen konnte, man konnte sich zu Workshops anmelden und natürlich hat man auch wieder die ganzen Cosplayer getroffen und ich fand dieses Jahr war es wirklich wieder eine sehr gelungene Con, obwohl ich der Meinung war, dass es weniger gut besucht war, was natürlich auch positiv ist, da man bei vielem nicht so lange anstehen muss. Was ich euch nochmal ans Herz legen möchte, ist die Sea Shepherd Organization, die es auf jeder Con vertreten gibt und zwar ist Sea Shepherd eine internationale gemeinnützige Organisation zum Schutz der Marientierwelt, die versuchen wollen, die Weltmeere und ihre Ökosysteme und ihre Spezien zu schützen und zu erhalten und ich finde, das ist eine super Organisation und auch eine super Chance, das durchzusetzen und ich werde sie euch auf jeden Fall auch in der Infobox nochmal verlinken. Guckt bei denen auf jeden Fall vorbei, das ist super wichtig. Viele liebe Grüße gehen raus an den German Jack, Link zum Instagram-Profil in der Infobox. Guckt bei denen auf jeden Fall vorbei, das ist super wichtig. Guckt bei denen auf jeden Fall vorbei, das ist super wichtig. Guckt bei denen auf jeden Fall gleich drei, bis zum Schluss auf jeden Fall. Guckt bei denen auf jeden Fall zurück, das ist super wichtig. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das ist einfach oder was? Nein, das ist auch hier, bevor er nicht macht. Ja, 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 aber cool. Nichts, nicht. Das ist, das ist eigentlich so leicht, oder? Ja. Ja, 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 ja. Vielen Dank. Applaus So, es ist der zweite Tag quasi. Ich bin wieder daheim, out of cosplay. Und ja, wollte das Ganze jetzt nochmal so beenden. Also das ist jetzt ein Vlog-Ending quasi. Ähm, ja. Und die ganze Con war mal wieder extrem schön. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Und ich bin mit kleinen Errungenschaften nach Hause gekommen. Und zwar diesen, ähm, Ohrring. Ich liebe Vogelschädel. Ich weiß nicht, ich hab da so eine, so ein Faible für. Und einen kleinen Charme. Und zwar diesen Plant-A-Tree-Charme. Ähm, auch wieder, um so einen kleinen Aufruf zu geben. Ähm, dass wir da ein bisschen mehr drauf achten sollen, was wir denn in unserer Umwelt tun. Ja, und wie gesagt, das war jetzt mein Con-Vlog. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Es waren so ein paar Impressions. Und ja, wir sehen uns bei meinen nächsten Videos. Macht es gut und tschüss!